Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute geht es um einzeilige Funktionen. Einzeilige Funktionen sind was Wundervolles, denn man kann damit super schnell Dinge erledigen sozusagen. Und man muss nicht wirklich was schreiben. Man sieht sofort, was diese Funktion tut etc. etc. Okay, das heißt, was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen eine Zahl quadrieren. Quadrieren bedeutet, für die Leute, die vielleicht nicht so viel mit Mathe zu tun haben, sondern wir wollen, dass wenn wir eine Zahl x, zum Beispiel 5 oder sowas, in diese Funktion reingeben, dann wollen wir diese Zahl auf x mal x abbilden. Das heißt, wir wollen hier einfach x mal x rechnen und das zurückgeben als Returnwert. So, das wäre normalerweise eine wundervolle Übung, wobei eigentlich könnt ihr das durchaus mal als Übung machen. Wir machen einfach beides. Wir machen es als einzeilige Funktion und wir machen es als normale mehrzeilige Funktion. Und das ist jetzt eure Übung erstmal, das ganz normal als Funktion zu schreiben. Das heißt, pausiert mich kurz und wir hören uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Wir schreiben das Ganze erstmal als normale Funktion. Square nennen wir sie, weil Square im Englischen für quadrieren steht. Und ja, wir übernehmen natürlich ein Parameter x vom Typ. Eigentlich ist der Typ nur eine Zahl. Könnte auch ein Double sein, ist in dem Fall jetzt aber ein Int, weil ich das so möchte. Wenn ihr ein Double genommen habt, ist das auch völlig fein. Und wir geben natürlich ein Int zurück, denn Int quadriert ist immer auch ein Int. So, was wir zurückgeben, ist eigentlich relativ simpel. Wir geben x mal x zurück. Okay, cool. Kleine Übung gehabt. Ja, das sollte eigentlich kein Problem für euch gewesen sein. Wenn es noch ein Problem war, dann schreibt mir gerne nochmal. Dann vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen ungeklärt. Nun, als einseitige Funktion, ähm, fun square, ähm, one line oder sowas. Das ist jetzt natürlich kontraproduktiv, wenn der Name hier so lang ist. Aber egal, wir wissen, was gemeint ist. Das ist eigentlich relativ simpel. Und zwar müssen wir hier auch wieder fun square und wir müssen auch wieder sagen, wir wollen ein x vom Typ Int haben. Aber jetzt können wir direkt hier sagen, ist gleich x mal x. Fertig. Das ist unsere One Line Funktion. Damit sparen wir uns im Endeffekt diese Schreibweise hier. Wir müssen keinen Return schreiben. Wir machen das Return quasi über das ist gleich. Wir haben hier diese Klammern, die wir nicht machen müssen. Und der Typ in diesem Fall kann automatisch berechnet werden. Das heißt, ähm, der Compiler sieht, ah, okay, wenn du x mal x rechnest und x ist vom Typ Int, das haben wir ja hier angegeben, dann kommt hier offensichtlich auch ein Integer zurück. Wenn der Compiler sich nicht sicher ist oder hier rummeckert, könnt ihr natürlich auch einfach den Typ noch mit angeben. Aber ihr müsst nicht, okay? So, und das ist die Kurzschreibweise für, ähm, für die Square Funktion. Und ja, das ist ein One Liner im Endeffekt. Das ist eine One Line Funktion. Man sieht sofort, was das Ding macht. Das ist halt das Tolle da dran. Man sieht es am Namen und man sieht es an der Berechnung. Beides super easy. Und wenn wir das jetzt hier mal aufrufen, Printline, ähm, Square One Line, ähm, und wir packen 5 rein, dann sollte offensichtlich 25 rauskommen. Das hier wird allerdings immer noch zu einem Fehler führen. Das muss ich rausmachen vorher. So, und wir sehen, äh, ja gut, ähm, ich hätte vielleicht vorher ein Printline machen sollen. Ähm, erstmal backslash n und dann... So, okay. Okay, und jetzt haben wir hier offensichtlich 25 rausbekommen. 5x5 ist 25. Wundervoll. Ähm, das heißt, das hier hat wunderbar funktioniert. Ihr könnt gerne auch mal eure Funktion testen, indem ihr hier einfach nur ein Square eingebt. Dann sollte das natürlich auch 25 rausgeben. Denn die beiden Funktionen berechnen genau dasselbe. Super. Und ja, so funktionieren One Liner. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleine Abkürzung. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao.